Hallo und herzlich willkommen zu meinen ersten Parts und jetzt bei Harry Reign. Mein Name ist Chance Ansatz und Spieltipps. Das ist... Den Namen kenne ich leider nicht. Einen ganz typisch. Und wer meine Outtakes gesehen hat, der weiß, wie er es vorher noch hat. Die Zaunplugs sind besattig. Ich habe einen kleinen Trick benutzt. Ist mir auch ziemlich egal. Tut mir leid, dass ich das alles so schnell mache. Ich möchte ja schnell duschen. Tut mir leid. Ab und zu könnten mal so welche schwarzen... Ich dusche lieber und ziehe mich an, bevor ich runtergehe. So welche... äh, was wollte ich jetzt? So manche, ähm... Einer Augenblick, ich muss die US-Zeit starten. Denn ich kann das nur jeweils einen Part machen, weil... Ich muss auf meine direkte Festplatte und das kostet mir... Speicher. Extrem viel. Aber wie ich jetzt sagen wollte... Ich hab's vergessen. Weiter geht's. Ich hab die Fehler beseitigt. Bin einkaufen. Ich hole die Kinder mittags von der Schule ab und bereite dann Jasons Geburtstagsfeier vor. Arbeite nicht zu viel. Ich liebe dich. Ich weiß... Jeweils wenn, ähm... Menschen reden sollten... Rede ich nicht. Vielleicht aus Versehen, weil wir das mischen. Aber ich weiß nicht mal, ob man mich wirklich hören kann. Ich find das immer noch ziemlich laut. Ähm... Hm? Watt... Wenn das... Diese Art von Blubberausschneidenspiel... Reis... Um die... Eieieieieieiei... Nicht selbst vom Schneiden, ne? Damit kann man sich hören. Nur so als kleiner... Tipp. Was ich schon alles hingekriegt habe. Also privat jetzt nicht. Das reicht jetzt auch nicht. Zu schnell! Ach so, zu schnell. Ja, jetzt hab ich's drauf. Sieht ja gut aus. Fertig. Bei der Dinger auch... Äh... Egal. 10% das Wichtigste für mich. Nein, das ist wirklich für mich das Wichtigste. Ach, das ist so schwer. Ja... Ich sag's echt, da muss man so... Alter... Alter... Ich kann nicht, wie ich mich hier ganz... Ich weiß nicht, ob ich das richtig... Ich weiß nicht... Ich weiß nicht... Das ist... Das ist... Kompliziert. So richtig kompliziert. Und ich weiß nicht... Das ist... Das ist die Dusche. Hier werde ich wahrscheinlich gleich was sensieren. Mh... Genau. Pff. Man kann Sachen sehen. Ich bin dann doch egal. Das ist ein Mensch. Aber wir möchten ja nicht auf YouTube gesperrt werden, ne? Pff. Ja, wegen sowas kann man schon gesperrt werden. Ach, jetzt muss ich ja ein Tuch schwingen, sag ich mal... Ja, ja, ja. Aber ich kann doch ganz langsam machen. Muss ich gar nicht so schnell. Alter, einfach hin. Das Wichtigste, einfach schon tot. Jeden Tag wechseln. Spiegel. Alles wunderbar. Anziehen. L1. L1? Achso. Ich dachte jetzt... Egal, seht ihr in der Fallaufnahme. Falls ihr sie guckt. Schade, dass man nicht bestimmt kann, was man anziehen kann, aber das macht halt nichts. Wer hier ab und zu mal unkommt, das ist egal. Wirklich. Einfach hin. Wunderbar. Hier haben wir es an. Verspeichert. So. In der Fallaufnahme war ich soweit und es geht weiter. Ab geht's. Das ist so geil. Das ist so... Wie er die Treppen runtergeht, das ist so... Garten. Tolles Wetter draußen. Ich könnte eine Auszeit im Garten einlegen. Hauptsache auch nicht Arbeit, ne? Was ist Arbeit? Es dauert noch ein bisschen, bis Grace und die Kinder kommen. Ich könnte noch arbeiten. Äh... Besser. Tu mir leid, das ist... Ich gehe in den Garten. Ziemlich komisch. Kann ich jetzt auch viel zumachen? Kann ich von draußen zumachen? Nö. Was ist das? Cool. Hätte ich als Kind bestimmt auch gerne gehört. Ja, das könnte ich sein. Und wie? Wunderschöne Grafik. Grace. X. X. Es ist fast Mittag. Grace und die Kinder müssen jeden Moment zurückkommen. Ich habe Durst. Es müsste Orangensaft im Kühlschrank sein. Was war das denn? Ich fühle mich gerade wie echt. Die Vögel machen Angst. Ich hoffe, man kann mich übrigens klar und deutlich hören. Und das weiß ich nämlich nicht genau. Hopp. Gegen die Scheibe rennen. Zumachen. Bevor Mücken oder sonstiger sein kommen. Wie ich ja wasasse. Ich kenne den Kerl hier nicht. Ich habe die Demo nur gespielt. Ich mag den Detective und den FBI-Agent mag ich gar nicht. Hoffentlich. Und ich hoffe sehr, dass es dieser nicht ist, der FBI-Agent. Ich habe Durst. Genau. Da. Okay. Ketchup. Trinken. Ja. Sollte ich auch öfters machen. Ich vergesse es auch immer. Achso. Gedrückt. Halten. Guck dich nicht. Ah. Ein. Sein Sohn hat. Timmy's Wulwul-Boat-Sack. Ich will keinen Kaffee. Trink keinen Kaffee. Nee, du trinkst den Kaffee. Ich warne dich. Trink den Kaffee nicht. Weg damit. Wusch. Ja, okay. Meinetwegen trink den Kaffee. Ich mache das nie wieder. Ich denke einfach, das war Tee. So. Ich meine, warum trinkt er doppelt? Gucken, ob die Kinder kommen. Genau. Ups. Ich will wieder etwas gedrückt haben. Ups. Da können sie... Hey, nicht so wild. Ihr werft mich ja um. Ah, heute ist der große Tag, hm? Bin ich jetzt erwachsen? Hm, zehn Jahre ist noch nicht ganz erwachsen, aber das wird. Darf ich jetzt Auto fahren? Ich glaube, damit musst du noch ein bisschen warten. Eason, kannst du mir helfen? Ich komme. Geh drückt halten, geh drückt halten, geh drückt halten, geh... Nein! Einer Augenblick. Man muss beides drücken. Was passiert, wenn ich das fallen lasse? Ich will's gar nicht wissen, aber okay. So, wunderbar. Sie sind so aufgeregt seit heute Morgen. Ich konnte sie im Supermarkt kaum wendigen. Wie war dein Tag? Ist die Arbeit gut gelaufen? Wieso sollte ich jetzt ganze Zeit das allein machen? Äh, nicht wirklich. Ich hab es irgendwie nicht richtig hingekriegt. Offenklich hab ich noch ne Eingebung. Nächsten Monat sollen die Pläne beim Kunden sein. Ich hab noch tausend Sachen zu tun. Ich werd nie fertig, bis Jasons Freunde kommen. Hilfst du mir bitte? Ah, die Dessertteller sind im Wohnzimmerschrank. Kein Problem, ich mach das schon. Wo ist das Wohnzimmerschrank? Ich glaube hier. Die Tür klemmt immer. Du musst festziehen. Rum! Ach, Quatsch. Mit der Kamera. Das ist das Set von meiner Mutter. Ja, genau. Pass auf, okay? Keine Angst, ich will ja schließlich auf keinen Fall Ärger mit deiner Mutter kriegen. Ähm, was ich jetzt sagen wollt? Ich, ich mach das... Also diese Fallbewegungen muss ich mit der Kamerataste machen. Also mit Kameraschoystick. Damit wir... Damit ihr Bescheid wisst. Wisst. Ja, wunderbar. So. Da war ich halt mit Absicht vorsichtig. Was jetzt? Moment. Noch mal zur Rasur da oben. Ähm. Vielleicht sollte ich auch das mal langsam machen. Vielleicht geht das auch schneller vorbei. Okay. Leaping. Nein! Das heißt, meine Freundin. Ähm. Trotzdem, dann bist du einfach jetzt meine Freundin aus der Realwelt hier drin. Dann mach ich das wirklich. Dann will ich das und das ist meine Realfreundin. Ich hab das heute noch nicht gesagt, Mrs. Maas. Ich finde sie sehr attraktiv. Sie sind auch nicht schlecht, Mr. Maas. Ich nehm alles wieder zurück. Dings kommt. Wir fordern. Ich weiß, was du willst, Ethan. Aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Ich bin doch nicht hier. Schade. Ich muss mich um diese Party kümmern. Wir setzen die Unterhaltung später fort. Ich bin doch nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Geschenk? Hast du schon das Geschenk für Jason? Ja, ich hab es heute Morgen im Laden gekauft. Och, wir hatten Glück. Es gab nur noch das eine. Ach Gott. Ähm, Fiek? Jason? Ja. Jason ist glücklich. Ja. Kaum zu glauben, dass er heute 10 wird. Mir kommt das so vor, als hätten wir erst gestern in der Schule geflirtet. Wir werden alt, Esen. Ach was. Wann kommen Jasons Freunde? Ähm, so um zwei. Gott. Ich hab's. Brillant. Äh, ups. Das Amala ist da nämlich mal zuerst gegangen, als im Garten ausruhen. Obwohl, nein. Was zur Hölle. Wow. Das werde ich immer schneller. Zum Glück habe ich Schwierigkeitsgrad Mittelein gegeben. Genau. Wir spielen auf Mitte. Falls ihr Partner oder ihr nicht gesehen habt. Das sieht jetzt fast komisch aus. Puh. Wann kommen? Ich will jetzt endlich eine Uhr. Ja, Leute. Ich bin ursüchtig. Gehebe ich ganz offen, ehrlich und zu. So. Und. Bla. 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 Aha, so kann man sich von vorne sehen. Okay. Gehen wir mal zu den Kindern. Aber erstmal. Was ist das jetzt? Ganzer Zeit. Ach so. Ich dachte, das ist für die Jungs. Ja klar, ich schaue nur, ob es immer noch funktioniert. Genau. Ja, klar. Ich komme mir nicht echt so vor, als wäre das ich. Ja, ich muss jetzt die Tür genau aufstehen. Das war's. Dann legen wir los. Hey, fünf Minuten, okay? Danach müssen wir essen. Eure Freunde kommen bald. Okay, versprochen, Mama. Na, wer ist der Erste? Ich zuerst. Nein, ich zuerst. Langsam, Jungs. Ihr kommt beide dran. Äh, was? Drehen sie den Kopf? Ich zuerst. Ich zuerst. Nein, ich zuerst. Er hat Geburtstag. Okay, Jason. Wir machen den Helikopter. Wow, 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 wow. Das ist eine Belastung. Das müssen wir noch machen. So, das reicht. Ich bin jetzt dran. Ich will auch mal. Okay, ja. Oh. Okay, Sean. Mach dich bereit. Es geht los. Oh. Na, komm runter. Äh. Wir brauchen eine Runde. Los, Dad, zeig uns, wie stark du bist. Ja, zeig uns deine Muskeln. Okay, festhalten. Ich brauche sie nicht raus. Jetzt bist du erledigt. Du wirst für alle deine untarten Büßen, Schurke. Äh. Haha, gib auf, Schwächling. Ach, scheiße. Geht. Ich sprich den Gebet. Ha. Oh, da. Du schaffst das. Ja. Das ist nichts. Oh, mein Kratzer. Greif an, greif an. Ha. Ja, ich lasse das manchmal mit Absächse machen. Ey, fieser drauf. Waaah! Hahaha, ich hab dich! Hahaha, ja! Ja, ja, ha, ha! Essen ist fertig. Kommt ihr rein? Wir kommen! Ich dachte für einen kurzen Moment, er wäre echt tot. Weil er irgendwie nicht aufgestanden ist. Für die Zeit. Naja, wir sehen uns dann im nächsten Part. Euer Jean-Als-Als-Als-Als-Spiel-Tips bei Let's Play Harry Wayne. Von Sony Kong Studio Entertainment. Bis dann. Ich hoffe, ich behalte sie unter Kontrolle. Äh, nicht wie letztes Jahr. Ach, wollen wir gar nicht kurz anfangen. Pfff! Kann ich dir vielleicht helfen? Nein, danke. Ich schaff das schon alleine. Ja, und ich suche jetzt ne Uhr. Pfff! Ehrlich. Weit und weit keine einzige Uhr. Ah, hier habe ich übrigens auch die weiteren 991. Netter Partner-Kanal. Unbedingt bitte das anschauen. Genau wie Carla Rottepe. Den ich übrigens sein Let's Play zu... Äh, nur wenn ich... truckwerke Im Video, das war noch nie Nachricht. Pff! Oh, Mr. TomTom ist ein komischer Typ. So... Yes, machen wir dann. Wir machen übungen, um wir zur Arbeit. Nein! Nein! Danke. Ich dachte, er war's lauter. Schon wieder so ein Lack. Tut mir leid, die ganzen kurzen, schwarzen Sequenzen, falls sie... Oder diese kurzen Minischnitts. Die kommen nicht von mir, das ist... Ich weiß es noch nicht, wie ich es nennen soll. Vom Player, sag ich jetzt mal. Das sah aus, als wäre da noch ein Raum. Tatsache. Warte. Ah. Ah, meine Arbeit. Genau. Fangen wir an. Kommen wir jetzt nicht dazu. Wunderbar. Was brauchen wir? Pensilien. Pensilien? Intensilien.